Da ist er wieder, der liebe Albe, Grüße gehen raus, vor dem Solarium, man sieht es Lack in der Schnauze und Haare geschnitten. Also Update, wir sind soweit durch, ich habe jetzt viermal die Oberfläche gestrichen, ich sage es euch besser gesagt, da wo was draufgestellt wird, viermal, Rückseite nur zweimal, auch die Seite zweimal, ich gucke mal, ob ich das jetzt noch ein bisschen mit Herpetin später wegbekommen, ansonsten ist mir auch egal, wie es aussieht, ein paar Kleinigkeiten, irgendwann habe ich mal keine Lust mehr, meine Lieben. Dasselbe hier auch, jetzt sieht es schön weiß und clean aus, viermal hier lackiert, diese Ränder auch, genauso wie da, wo die PCs stehen und dort auch, ich will halt, dass es schön robust ist, etc., etc., von unten habe ich es jetzt nur zweimal lackiert, das sollte locker ausreichen zum Schutz, etc. Ja, hier hätte ich Acryl reinpumpen können ohne Ende, wäre ein bisschen krass und genau dort auch, mir ist eingefallen, wie bei der Treppe hätte ich hier natürlich auch Bauschaum machen können, ein bisschen dort auch und dann hätte ich hier schon die Lücke zu gehabt und dann einfach Acryl rüber, jetzt lasse ich es aber einfach so chillig, ich hoffe, da kommt jetzt kein Vieh rein oder sowas, ansonsten mache ich es vielleicht auch nochmal irgendwann zu, je nachdem. Der Plan ist jetzt hier noch, natürlich trocknen lassen, morgen wahrscheinlich, ich werde die PCs da jetzt so auf die Position schon stellen, mir jetzt angucken, ich muss auch überlegen, wenn man hier so mittig jetzt ungefähr sitzt, ungefähr hier, wo ich jetzt stehe, sitzt man und hat mit Tastatur-Maus, wo mache ich das Loch jetzt hin für die Kabellage zum Rechner, in der Rechner steht ja hier, also wahrscheinlich überlege ich, ob ich hier reinbohre, hier zack, runter, dann kann die Leitung runtergelegt werden, zum PC genau dasselbe hinten in der Ecke sozusagen und dann ist das alles easy peasy, Leitungen kann man später verlegen, wenn man mag, etc., 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 läuft, würde ich sagen. Also, ich lasse jetzt schon alles trocknen, es ist gut geworden, hier mache ich auch noch ein paar Reste sauber, mein neues Mausbett ist auch schon da, mein riesen Teil wird dann auch komplett ausgelegt und dann kann ich hier noch die Tastatur sauber machen, wahrscheinlich morgen die restlichen Sachen noch alle ein bisschen sauber und wieder aufräumen, PC anschließen und dann auch bald mal wieder alles hier, auf jeden Fall den Gaming-Rechner neu installieren, neu aufsetzen, die Monitore noch beide ausrichten, dass es vernünftig ist, wollte ich die ganze Zeit schon machen, kam ich noch nicht dazu und dann bin ich hier soweit ready. Wenn das dann nicht getrocknet ist, werde ich auch gleichzeitig von hier drüben meine ganze Stuff, man sieht es ja hier, dabei ist ein Sammelsorium für den Stream als Giveaway, ein paar Sachen für mich selber, ein paar Sachen wollte ich auch so ein bisschen verkaufen, shopmäßig und so, etc., etc., sauber machen, man sieht auch voller Baustaub noch, sauber machen, darüber stellen, erstmal dann wieder zurück, nachdem der ganze Platz sauber ist, dann kommen hier meine Monitore, die hier irgendwo rumstehen, noch rum, alte Dinger, schlicht da hin und da hin, so ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen von, natürlich von dort Sachen da raufgestellt, parallel werde ich wahrscheinlich ganz klein mir noch hier noch ein Brett kaufen, damit ich das auch fertig machen kann, diese Seite auf jeden Fall, wie schon mal erzählt, also sind auch so ein paar Sachen, die ich machen möchte, bis zum nächsten Wochen, Samstag, bis zu meinem Geburtstag am 14., im Endeffekt ist der Freitag, Samstag will ich hier pokern, bis dahin sollte hier auf jeden Fall wieder Ordnung herrschen, dass man hier chillig sitzen kann, ohne dass man denkt, man ist in der Müllhalle, also, wenn ihr das natürlich seht, das ist wahrscheinlich irgendwann im August oder so, ich begrüße den raus.